Herzlich Willkommen bei Hey, was geht ab? Wir hypnotisieren Tag und Nacht aus Mallorca, aus Spanien, vom Ballermann 6, vom Strand. Hier eine neue Folge von Hey, was geht ab? Wir hypnotisieren Tag und Nacht. Viel Spaß! Okay, alles klar. Guck mal hier auf meinen Finger. Guck mal hier auf meinen Finger. Bist ganz entspannt? Dann pass mal auf, pass mal auf. Schlaf. Tiefer und tiefer, immer tiefer singst du in diesem Zustand der absoluten Entspannung. Wenn du mir die rechte Hand gibst, dann hast du immer das Gefühl, wenn ich dir die Hand gebe, dir zwickt irgendjemand im Popo. Öffne deine Augen. Adil, danke. Bist los? Bist los? Okay, alles klar. Danke, dass du... Bist los? Ich rede auch mit dir, warum drehst du dich um? Ich dachte, hinter mir steht einer. Nee. Bist los? Bist auch nochmal, oder? Bist auch nochmal, oder? Pass mal auf, wenn ich jetzt mit dem Finger schnipse, dann wird das Zwicken noch heftiger. Bist los? Pass auf, stört dich da was? Ich mach jetzt so. Okay, komm mal her, stell dich mal hier hin. Stell dich mal hier hin. Die beiden Damen kennst du? Ja. Okay, alles klar. Denen kannst du vertrauen, richtig? Ja? Ja. Ja. Okay, alles klar. Super, danke. Was ist los? Machst du das, Böge? Okay, okay, ich bin los. Was ist los? Was ist Verarschung? Die Schwester ist Verarschung. Was ist Verarschung? Du musst mir noch sagen, was du hast. Ob einer mir in den Arsch gehen würde. Echt? Ja. Das kann ja sein. Die finde ich ja toll. Das kann ja sein, dass sie dich am Hintern packen. Hier stehen Männer. Da drehen wir dich so um. Hier kann überhaupt nichts passieren. Ja? Finde ich klasse, dass du mitmachst. Was ist los? Nee, das ist unnormal. Das ist einfach unnormal. Was ist unnormal? Das gibt's doch nicht. Was denn? Hey. Was ist los? Guck mal her. Guck mal hier auf meinen Finger. Schlaf tiefer und tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und wenn ich dich jetzt gleich weggele, versuchst du diese Schuhe anzuziehen. Aber je mehr du versuchst, die Schuhe richtig anzuziehen, umso weniger wird es dir gelingen. Das ist ein Mäuschen. Klappt was nicht? Ich krieg die Schuhe nicht an. Und wenn ich dich jetzt gleich wecke, siehst du hier lauter Außerirdischen und du gehst noch mal zu jedem hin und gibst jedem noch mal die Hand, weil du jeden noch mal begrüßen möchtest und wenn ich dich jetzt gleich wecke, dann haben alle lauter gelbe Schuhe und die ganzen Oberteile sind alle total schwarz, das sieht total lustig aus und du lachst dir einen ab, das ist total witzig. Und wenn ich dich jetzt gleich wecke, steht da hinten Angela Merkel, die Bundeskanzlerin ist heute da. Schau mal. Guck mal, da ist Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin. Das ist eine ganz hohe Persönlichkeit. Frau Merkel, das machen Sie denn auf Mallorca? Machen Sie auch Party? Ja, genau. Den ganzen politischen Stress, ja. Also, Sie hätte jetzt auch gern ein Autogramm, wäre das möglich? Ja, bitte. Ich habe doch immer was dabei. Also Frau Merkel, das finde ich ganz toll, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen. Ja. Das ist eine garantierte Wählerin, ne? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ist ja auch schön, ne? Ja. Oh, ich freue mich. Oh. Wirklich, ja. Und dann liegen da was, da ist ein Schuh und ein Handy. Und das Handy klingelt und wenn du an das Handy rangehst, ist George Clooney dran, der ja heute auf Mallorca ist. Und er will unbedingt mit dir sprechen und will einen Termin mit dir ausmachen. Das ist dein Glückstag. Hallo? Oh mein Gott. George Clooney. Really? What? Yes. Das ist ja der Hammer. Oh mein Gott. George Clooney. Okay. Okay. Yes, yes, yes. Tomorrow, yes. Yes, yes. I'll be there. Yeah. Oh. Oh, I'm so lucky. Yes. Okay, yes. Okay, yes. Die Merkel ist da, die Clooney ist da. Oh mein Gott. Das ist ja. Wahnsinn. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Yes, yes. Okay. We'll see you tomorrow. Okay. Okay. Yes. Okay, good. Schlaf. Okay. Und wenn ich dich jetzt gleich wegge, werde ich dich fragen, wer das war und du wirst mir das einfach sagen. Sag mal, wer war denn da jetzt dran? Ja, da war George Clooney dran. Echt? Und was hat er jetzt gewollt von dir? Ja. Ja, der wollte sich mit mir treffen. Boah, das ist ja der Hammer. Ja. Das gehört ja nach RTL, gehört das nochmal. Ja. Ja und wann trefft ihr euch jetzt da? Ja, morgen. Echt? Ja. Weißt du auch schon wo oder habt ihr noch nicht ausgemacht? Ja, er hat gesagt im Megapark. Ach im Megapark. Ja. Ah, okay. Okay. Das ist natürlich schon toll, ne? Das ist Wahnsinn. Also. Würdest du das eigentlich filmen? Darf man das filmen alles? Ja. Ja, natürlich super. Danke, ja. Also toll. Also das ist schon eine Sensation, muss ich schon sagen. Also fantastisch. Ja. Also ganz toll. Schlaf. Ja, das war's mit einer weiteren Folge von Hey, was geht ab? Wir hypnotisieren Tag und Nacht. Haben Lust bekommen, das selbst zu erlernen, das mal selbst zu können? Oder natürlich, Hypnose ist ja nicht nur für Späßchen da, sondern natürlich auch für Hypnose-Therapie etc. pp. Wir bieten das komplette Programm an, seriös und natürlich auch mit einer langen, langen Erfahrung. Allein ich habe weit über 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet. Wenn es euch interessiert, www.hypnose-lernen.de. Dort findet ihr sämtliche Informationen über uns. Viel Spaß.